Harte Schale, weicher Kern. Oder eher harte Schale, gesunder Kern. Die Rede ist von der Pistazie. Pistazien sind vollgepackt mit guten Nährstoffen. Reichlich Proteine, gesunde Fette, viele Vitamine und eine ganze Menge Mineralstoffe und Spurenelemente machen die kleinen grünen Nüsse zum optimalen Snack. Und das, obwohl Pistazien mit satten 594 Kalorien und 51 Gramm Fett pro 100 Gramm ganz schön reinhauen. Damit liegen sie aber trotzdem im Vergleich zu anderen Nüssen im guten Mittelfeld. Wissenschaftler fanden heraus, dass Pistazien gesund sind und durchaus beim Abnehmen helfen können. Ein Teil der Pistazien wird nämlich unverdaut wieder ausgeschieden. Wer die Pistazien vorher noch schälen muss, nimmt beim Snacken sogar noch weniger Kalorien auf. Welche Vorteile euch Pistazien noch bieten, erfahrt ihr jetzt. In diesem Sinne geht's auch schon los. Nummer 1. Nährstoffwunder Kein anderes Lebensmittel enthält so viel Vitamin B6 wie Pistazien. Vitamin B6 wird von unserem Körper für zahlreiche Funktionen wie zum Beispiel die Bildung von Hämoglobin oder die Regulierung des Blutzuckerspiegels benötigt. Der Kaliumanteil macht Pistazien auch gesund. In ungefähr 50 Gramm Pistazien steckt mehr Kalium als in einer ganzen Banane. Kalium ist ein lebenswichtiger Mineralstoff, der das Zellwachstum und den Blutdruck reguliert, Hormone freisetzt und den Säurebasenhaushalt ausgleicht. In 100 Gramm Pistazien sind ca. 600 Kilokalorien, 15 Gramm Eiweiß, 55 Gramm Fett, 10 Gramm Kohlenhydrate und 10 Gramm Ballaststoffe. Ziemlich stark, was in so wenig Nüssen steckt. Mit diesen Werten sind Pistazien besonders effektiv, wenn ihr sie in proteinreichen Rezepten einbaut. Diese sind besonders gut geeignet, um den Stoffwechsel auf Hochtouren zu bringen und den Appetit zu senken. Nummer 2. Sie helfen euch beim Abnehmen. Pistazien sind zwar mit knapp 600 Kilokalorien pro 100 Gramm sicherlich nicht gerade die erste Wahl, die man trifft, aber im Vergleich zu anderen Nüssen trotzdem am kalorienärmsten. Zudem belegt eine im British Journal of Nutrition veröffentlichte Untersuchung, dass 5% der in Pistazien enthaltenen Energien unverdaut wieder ausgeschieden werden. In bestimmten Mengen können die gesunden Pistazien euch sogar beim Abnehmen helfen. Das liegt vor allem am hohen Proteingehalt der grünen Kerne. Im Vergleich mit anderen Nüssen liegen Pistazien mit über 15 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm ziemlich weit vorne. Der hohe Eiweiß- und Ballaststoffgehalt von Pistazien sorgt für ein schnelles und lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Also optimal, wenn ihr abnehmen wollt. Nummer 3. Sie senken den Blutzucker. Diabetiker sollten öfter zu gesunden Pistazien greifen. Denn obwohl die grünen Kerne einen relativ hohen Kohlenhydratanteil haben, ist ihr glykämischer Index jedoch ziemlich niedrig. Das bedeutet, dass Pistazien den Blutzuckerspiegel nicht übermäßig ansteigen lassen. In einer 12-wöchigen Studie konnte nachgewiesen werden, dass bereits 50 Gramm Pistazien am Tag den Blutzuckerspiegel von Menschen mit Typ 2 Diabetes um 9% senken können. Da kann man echt nicht meckern. Die grünen Helfer wirken sich auch positiv auf den Blutzuckerspiegel von gesunden Menschen aus. Ergänzt ihr eine kohlenhydratreiche Ernährung um 50 Gramm Pistazien am Tag, könnt ihr euren Blutzuckerspiegel nach dem Essen dadurch bis zu 30% senken. Ist also mal ein Versuch wert. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.